ich mache mir jetzt auch noch mal eben eins da wo ich bocke ich hab hier neben dem haus mache ich gerade einen baum klar also da sollte jetzt auch genug stöcke habt ihr nicht nur einen auseinander genommen hier also bei mir leckert das gerade ohne ende bei mir auch voll der kann über lust wie sieht es eigentlich aus gibt es irgendwo essen unterwegs draußen kannst du den steak hier nehmen den ihr zum essen gibt ja perfekt ich aber nicht aus vielleicht kriege ich noch was anderes haben aber es ist unglaublich wie ich bin 15 meter gelaufen und haben wieder hunger also muss eigentlich joggen das bringt es dauert zwar ein bisschen länger und besonders wenn du viel rum rennst könntest du krank werden ja ja ich hatte das weil ich so oft immer rumgerannt bin habe ich hier hypothermie bekommen also überhitzung es gibt einmal unterkühlung und einmal überhitzung und bei mir war es dann überhitzung wie gesagt bin tot ungefähr also wenn nachher habe ich einen herzinfarkt auch gekriegt was ehrlich vielleicht spießt trocken einfach oder dann aufs lagerfeuer und guck also erstmal droppen kann es auch aus dem inventar dann rot markiert ist ja und was dann dann aufs lagerfeuer rechts ach so ok ja alles klar jetzt haben wir irgendwie ist in dem haus ist hier der angeblich wegen dem feuer oder sowas immer wenn ich das haus reingehe ist hier leggy time ja es kann auch sein weil natürlich die ganze kleinkram noch auf dem boden nicht dass man keine außenperspektive wählen kann es ist so bescheuert ja ich will gerne mal meinen eigenen charakter auch fotografieren kannst ja ja aber so halbwegs nur und das ist das lustig ist wenn soweit die alttaste drückst kannst du keine andere taste benutzen da musst du ja er muss die sekunde loslassen dann fotografieren dann dreht er sich gerade die kamera und egal gegenseitig fotografieren apropos gegenseitig fotografieren dann mache ich doch mal ein foto in gesandt wie die leute hier am rauchten sind ja den kannibalen raushängen lassen schau das mit der tätowierung kümmern ja muss auch der malada schreibt gerade bei überhitzung einfach ins wasser gehen ja oder ausruhen und viel trinken hat bei mir auch mal geholfen oder die ich von wix wachs anpissen lassen das geht auch so sieht es nämlich mal aus ich habe eine sturmhaube gekackt nein hast du nicht das war meine verdammter sturmhaube kacka schokoladen tüte aus auch schon geschmolzen scheiß hier ich mache euch auch mal eine wurst hier hinten machen ob es wieder nildo gibt ich habe noch nichts im bauch was rauskommen könnte ich habe gerade fett gegessen es gab diesmal nix oder es hörst du mal auf wie anzupissen währenddessen ich auf toilette bin das ist ja ein unding hier leute das annulliert mich ach guck mal das ist das perfekte ist ja eigentlich jemand näher ans feuer eine längere zeit dann hast du auch overheating ich lese gerade zeitung er liest gerade zeitung bei titanik ne titan doch titanik wer braucht es ans ne saum hier ist das schon heißen kann das jemand lesen titanik sonst was willst weiß sonst was sonst was sonst was sonst was sonst was sonst was end ich weiß es nicht kann das jemand lesen ich muss mal gucken typisch der lümmelt hier du bist ein Lümmel du bist ein richtiger Lümmel du einfach den Lümmel raus wo hast du es denn gesehen das Thema ist abends ist klar erkennbar was denn und die Lüttel da hier Lüttel da die Lüttel da die Lüttel da die Lüttel ist da das ist die ganzen fleischwerden das und WTTH die Lüttel ist irgendwas mit titanik ne ich würde auch sagen ja kann man nicht so vergesst nachher nicht eure ganzen werkzeugkisten hier und sowas ne die kannst du liegen lassen die findet man auch nicht überall würde ich jetzt sagen aber häufiger ok ey ey das hat der Gnome aber der Gnome hat ja immer die komische Metallplatte dabei der Gnome hat das wirklich erkannt ja der Werkzeugkörper ich bin verrückt Dome ey du hast du die Metallplatte alles die Bleibplatte findest du auch öfters guck mal kurz auf der Seite ne ja der Gnome hat das wirklich gerade erkannt da steht wirklich naja titanik skins with 1200 men ja 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 gar nichts so women and children saved aber du wenn du von weitem guckst das sies was besser anstatt wenn du dann guckst ja so sieht man ja überhaupt nichts guck mal da Und da ganz unten habe ich noch eine Stellenanzeige von dir gelegen. Jetzt noch mal 50er-Valieber-Munition. Einmal mal sucht Frau für gewisse Stunden. Hallo, 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 hallo. Ich mache... Wer hat Liebe für Geld? Wer hat die 50er-Munition mitgenommen? Außer jemand hat natürlich genug Platz und Gewicht. Die 50er-Munition. Die 50er? Wer hat die mitgenommen vorhin? Dex, glaube ich. Dex, das nicht mit der dicken Munition? Ich habe 50er-Munition, aber ist nicht, dass wir... Haben wir die gecrafted? Ich habe Seife gefunden. Nein, sag mal, hörst du mir zu? Ich habe die noch gefunden hier gerade. Ach so. Und du die mitnehmen kannst. Wo bist du? Wo bist du? Du bist mein Arm sehen. Bleibst du da? Ich komme mal mit der Seife. Lass sie mal fallen. Ich mache Liebe. Ich mache Liebe für Geld. Ich habe Seife aus meiner Knasttasche fallen lassen. Hier direkt auf den Boden, irgendwo muss ich liegen. Hinter dir. Hinter dir. Kommst du nicht raus? Ich mache Liebe für Geld. Du kannst mich nicht betaufen, du verrückter Irre. Hier ist die Munition. Die kann ich vielleicht noch irgendwo stacken. Ja, hier. Join. Okay? Und wo ist die Seife, die du fallen lassen hast? Lass sie mal fallen, warte. Lass sie mal fallen. Mensch, was hat denn der Wix-Lax heute für ein Internet? Siehste? Hat er fallen lassen. Oh, hier ist wirklich die Seife. Soap. Komm mal her. Nee. Was ist denn? Ich habe die Seife mal mitgenommen für mich und Wixi. Ja, das ist okay. Wir mögen es sauber, Leute. Better with soap. Better with soap. Oh, hallo Pascal. Das Ding hier auch eine Polizeistation. Sieht so aus. Da habe ich mich erkennen gerade gefühlt. Ja, das hat eine Polizeistation. War das schon drin? Oh, Zombie. Make my day, Zombie. Das ist echt ziemlich dunkel. Das sind ziemlich hässliche Polizeiautos. Ein Zombie weniger. Ach ja. Ich musste die Züge ziehen. Oder? Da. Oh, ich habe mich nachgeladen. Oh, hier ist eine Apotheke. Ey, warum komme ich nicht aus meinem Modus raus? Ich glaube, ich habe dir jetzt gerade Batman-Rechte gegeben, Wixi. Du kannst dich jetzt selber ziehen. Ja, wenigstens Moment. Ja, sorry. Ich weiß auch nicht, was heute los ist hier mit dem Internet. Meine Friede. So. Kannst ja nachher wieder endtun. Hier gibt es ein richtig geiles Kitchen Knife. Und da schmierst du jetzt mit mir ein Brot oder was? Blut. Hier gibt es wieder eine schwarze Umhängetasche. Wie heißt das Ding? Umhängetasche? Nee. Mach ich doch. Kann man davon mehrere tragen? Nee, nur eine. Umhals. Warum ist denn meine auf einmal leer? Deine Tasche? Nee. Meine Shotgun. Hier gibt es Vitaminpferde. Vielleicht hast du die einfach auch. Ich habe die falsche aufgenommen. Ich glaube, ich habe irgendwo meine Axt hingeschmissen. Ja. Mann, ey. Du Axtschmeißer. Naja, bestimmt beim Seife aufheben. Will jemand einen Schlagstock haben? Nee, die finde ich doof. Braucht jemand noch ein M9 Magazin? Ja, für meine Pistole. Aber die kann ich nicht nutzen, weil ich habe so viele Sachen in der Hand. Ah, ich habe auch noch eine M9 in der Tasche. Dann gibt es die Sachen. Braucht nur jemand Zigaretten? Ihr müsst doch mal gucken. Es gibt, glaube ich, je nach Skillung bist du sogar besser mit der Handfeuerwaffe als mit allen anderen. Ich knabe asynchron. Kann man das? Ja, aber asynchron. Sag mal, wie lange ist denn der an den Pillen jetzt zum Sterben? Ja, 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 ja. Ich habe nochmal eine Platte gefunden. Ach, eine Platte. Ja gut, aber die brauche ich nicht. Was an sich nur wichtig ist, meistens die kleine, also die Werkzeugkisten halt. Ich habe eine kleine jetzt noch dabei. Ich habe noch eine kleine Werkzeugkiste. Hast du auch noch eine kleine dabei? Ja. Ja, dann nehmen wir die mit. Das ist immer ganz gut zum Craft. Hast du die mitgenommen? Ja, die kleinen habe ich mitgenommen. Ah, okay. Ach nee, die andere. Du hattest eine gefunden. Zeig mal her. Scheiße, die Pillen hier. Dann können wir die austauschen. Hier ist ein Einsatzhut für den Rucksack. Achso, hier hast du mit? Achso, ja. Ja, guck mal, da sind 18. Mann, ey. Wo habe ich denn jetzt meine scheiß Axting nicht missen? Ja. Ich habe hier wieder Platz im Rucksack. Ja. Keine Ende. Einsatzrucksack? Einsatzrucksack? Hast du einen Rucksack gefunden gerade? Ja, guck mal, da. Er braucht doch einen. Boah, ich habe eine coole sichere Weste gefunden. Nee, ich brauche einen Rucksack. Geil. Eine Schutzweste. Ich brauche jetzt meine Axt. Ohne meine Axt gehe ich hier nicht weiter. Hier ist auch noch eine Schutzweste drin. Wo hast du denn einen Rucksack denn gesehen? Einen Rucksack hätte ich auch gerne. Ja, hier. Assault Backpack. Ja. Ja, dann nimm mir den auch erst mal mit. Also so langsam die Leute halt mal ein bisschen ausrüsten. Bis zum nächsten Mal sterben. Ja. Naja, das ist das eben halt. Dann können wir dich ja plündern. Hier ist auch noch ein taktischer Pullover, der hat auch noch mal, haben die mehr? Wie kann der denn taktisch sein? Ja, ich habe einen taktischen Pullover auch an und das sind zwei Slots. Ich weiß nicht, ob du beim normalen Pullover nur einen Slot hast. Hier ist nochmal eine coole Weste. Ich habe 100% Energie, ja, dankeschön, habe ich gerade gesehen. Wie das? Ähm, ich habe 100% an der Energie. Wie kommt das? Ja, ich habe ja gegessen. Irgendwas. Achso, von dem Essen ist das gekommen. Ja, okay. Von dem Essen. Ich habe mir gerade noch Pillen reingepfiffen. Da ist alles gut. Was kann man? Ich bin mal mit dem Pillen unterwegs. Braucht jemand noch einen MK5-Knife? Nee, ich möchte gerne einen Rucksack haben. Einen Ruppiesack? Irgendwas, wo man... Ich habe oben einen getroppt, in dem Gefängniszahn. Aha. Mütze? Ja, ich habe den anderen genommen. Hier ist der Tactical Sweater, den nehme ich mal. Ist das zwei Stück, glaube ich, oder? Einen schwarzen, der ist cooler. Oh. Wo ist denn? Wo, 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 wo? Ach, der ist rucksacken. Backpack, okay. Mal gucken. Oh, ja, 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 ja. Ja, ja, da ist mal groß. Jetzt endlich. Jetzt habe ich endlich mal einen großen. Ich hatte immer so einen kleinen. Kommst du nicht mehr raus, oder was? Stehen in den Regen rum. Ich habe Butter dabei, Leute. Wir können uns gerne einschmieren. Beim Liebe machen. Text, komm mal hier. Und wenn du den, ich weiß nicht, das sind noch mal extra zwei Slots bei dem Deck. Äh, Decks. Ja. Hier ist noch der Weste. Ah, siehste. Siehste. Da. Und der hat aber auch zwei Slots, den ich vorher hatte. Aber ich glaube, der war der, den ich vorher hatte, der grüne war kaputt. Ähm, wo bist du wohl? Hier. Hinter dem. Hinter mir? Da. Ah, da. Gibt es her. So, oh, jetzt kann ich jetzt endlich mal kämpfen, ohne zu sterben. Nee. Verbündungskämpfen. Ja, eben. Jetzt immer verbünden. Finde ich ein bisschen... Nee. Jetzt würden sie nur die Weichteile treffen. Fänd es noch cool, wenn sie es schaffen, dass die Gruppen bestehen bleiben. Ja. Also gespeichert werden einfach. Bis zum nächsten Mal. Das ist doof. Das erschreckt mich doch jedes Mal, wenn so ein Typ auf mich zugerannt kommt. Aus dem Betzter. Haben wir alles durchsucht? Hier ist noch eine M9-Pistole. Was hier noch jemand braucht. Nee. Da unten liegt auch noch einer mit dem Schlagstock zusammen. Das leckt hier. Das muss aber echt nochmal besser gefixt werden, das ganze Gelenke hier. Ja, das ist noch nicht optimiert genug. Also für mich läuft es flüssig. Für mich auch, ja. Ich habe nur, wenn mal die Statt oder sowas Größeres lädt. Ja, da muss mal einmal durchgerucht werden, aber das war alles genau. Ja. Ich habe schon wieder eine Gürtel-Tasche hier, eine Dings-Tasche. Eine Gürtel-Dings. Sie hat schon wieder fast gelootet hier. Ich habe ein Gürtel hier. Oh, na, komm mal. Ich habe gerade keine mehr, sehe ich gerade. In diesen Taschen. Ich nehme mich doch mal die. Hast du sie gefunden? Weißt du wo? Nö, aber du bist ja hier im Marsch. Hier gerade aus, da vorne in dem kleinen Schränkchen. Natürlich ist das jetzt so. Oh, ich habe Butter gefunden. Und? Und Schokolade. Oh, Dex, die ist für dich. Schokolade hast du wirklich gefunden? Ja. Ja, es ist Schokolade und Salz. Aber Salz ist nur eine Zusatz. Also ich würde gerne mal kochen hier, aber die ganzen Sachen immer mit sich muttschleppen ist sehr schwer. Ich mache heute nicht mehr so lange. Ich muss morgen früh um sechs Uhr raus. Geil, ne? Äh, du? Warum? Musst du wieder malochen, oder was? Malochen. Und weil es kann. Und weil es kann. Äh, ich habe hier noch einen Leder-Rucksack. Wenn jemand noch einen Rucksack braucht. Ja, ich könnte, ich renne immer noch mit dem kleinen, selbstgebauten rum. Ja, dann kommen wir zu mir. Hallo. Ganz am Ende der Stadt bin ich. Wieso sehe ich deinen Namen nicht? LeCore oder wer? Weil mein Spiel gerade gecrashed hat. LeCore. Das sieht doch schon gut aus. Äh, Equip? Bringt auf jeden Fall schon ein bisschen mehr. Ja, ich glaube schon, ja. Wir danken mir nur die ganze Zeit die Pistole mit mir rum. Hast du deine Shotgun getroppt? Ja, hat drei Slots mehr auf jeden Fall. Ja, siehst du. Ja, das ist schon mal. Ich mache liebe für Geld. Du hast deine Shotgun getroppt. Ich weiß, kann nichts machen. Wenn du einmal getroppt hast und dann hast du den Stolschläger bei mir im Boden. Und jemand getroppt wahrscheinlich. Ja. Ah, genau, da drüben habe ich den dann getroppt. Achso, weil ich gepisst habe, weil die Drohne kam. Aber es hat keine Ruhmpunkte gegeben. Vielleicht kacken. Hätte ich vielleicht kacken müssen, ja. Kann auch besser kacken als pissen, aber... Oder ein Zombie-Kopf. Hier ist noch 22er Munition. Für die Hunter. Hm, das ist gut. Acht, schuss. Ja, wo bist du? Ähm, hier hinten im Haus. Voll der Blüte. Leck'n, du, Mia, wo bist du? Ich leck's total, ey. 22er habe ich ja hier, ja. Ich sehe halt gar nichts. Das Gefühl, das ist so dunkel. Achso, okay, bei mir ist das alles so dunkel. Ich kann auch. Ich habe es so genommen, die 22er Decks, bevor du hier ankommst. Okay. Bei mir ist es echt dunkel. Du hast auch 22er Munition bei dir? Ja, weil wir beide das Jacket wäre. Achso, ich dachte, wir werden verschiedene. Ich habe genug Munition. Also, ich bin dafür, dass Gray wie vorgeht. Nein, weil du so mit dem gelben Mantel hast. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Ich packe den Regenmantel auch immer ein. Oder kommt auch immer ein. Ja, Zombie. Au. Geh weg. Warum kannst du den Regenmantel nicht mehr einpacken? Na, ich schiebe jetzt nicht, nicht den Decks wieder zurück. Schön ins Gesicht, ey. Hat der kurze Hosen angehabt? Ach, ich hab den. Regenjacke. Ah, die Regenjacke, kann ich die anziehen? Ja. Oh, nur gelbe, verdammte Hacke, ey. Ich mach ja mal weiß, was soll ich denn sagen? Ich find meine rote Uniform immer noch sehr sexy. Decks, warte. Ja. Ah, nee, jetzt hat er den ganzen Mumps hier da. Komm, mit Stück Blätter weg. Das ganze Gematsche hier. Momentan verganget nix, oder? Nee, glaub nicht. Oh, den esse ich direkt. Komm, wir teilen uns den. Okay? Mehr teilen. Wo sag'n wir hin? Ein bisschen Zucker. Am Ende der Start. Also, wir sind ja auf der einen Seite angestellt. Und wir sind ja genau auf der anderen Seite. Da ist wieder eine Drohne. Warte, das große Stück kommt noch? Da. Tüme mal so einen Kopf in die Hand. Ja, ich brauch das. Ich brauch das. Wenn wir mal so einen Kopf in die Hand nehmen. Und dann Lena zeigen. Gib mir Punkte. Gib mir Punkte. Ich brauch leer. Ich brauch noch hier. Ich hör doch. Ich geh jetzt hier auf den Rucksack. Nee, ich hab nichts bekommen. Okay. Also, ich... Keine Drohne mehr. Nice. Brauch, wenn er das kriegt. Aber wo kommt er noch? Hier hat jemand einen MP5 hingeworfen. Ja. Ich hör doch noch. Ja. Warte, da kommt irgendwas aus dem Busch. Weiß. Oh, zwei. Und dann noch. Jump, ey. Aua. Hey. Du bist nicht voll reingelaufen. Das muss man sein. Geht doch. Du bist nicht voll reingelaufen. Aua, aua, aua. Ja, wenn du so nahe wegkommst. Boah. Ich schieß voll daneben die ganze Zeit. Ich schieß die ganze Zeit daneben. Was? Das gar Hampel hier von dem Tier. Äh, von dem Monster. Also, mich hast du getroffen. Die, ich hab mich getroffen. Ja. Nee, ich hab dich getroffen. Wann ich was sagen? Oh, jetzt muss ich erstmal wunden. Hast du? Ja, ich glaub, mein letzter Notfall war ein Fiel. Ups. Äh, wie kann ich das denn wegmachen jetzt? Ich bin ja irgendwie in diesem blöden Menü grad drin. Okay. Das war uns. Ist er blöd. Ich bin auf Rang 51 hochgerutscht. Yay. Zimmer ist auf Rang 10. Ja, Mann. Killer. Ähm, Bäume zerstückeln. Ich bin auf Platz 23. Ah, nein, 32. In den Top 10. Aber 588. Schaffe ich noch. Ja, er geht dann nur noch jeden Tag Heutzfällen hier. Und morgen ganze Karte leer. Und Karte leer. Das ist die Frage, wie viel kriegst du, wenn du wirklich mal, äh, Spiele killst. Also der Grave hat ja schon den zweiten Spieler gekillt, aber es wird nicht angezeigt, ne? In beiden Spielen? Ja, du hast eben den einen Spieler da am, am Zaun erschossen mit der AK. Achso. Ich stand auch da, aber ich weiß es nicht. Ich teste mal aus, Wix-Wix. Glaube ich. Wo bist denn du Grave? Wo, weil du stehst bei mir auf der Liste gar nicht mit dabei. Oh. Wahnsinn. 20? Ah, da. Du hast mir 00. Verstehe ich nicht. Ja, Süden, Norden, Westen, Osten. Wo nicht der Plan. Wo sind die Volk-Post? Scheffe. Einfach Straße folgen, würd ich sagen. Du, der Stadt bei C1? Ja. Also da, wo C1 auch, also dieses Kreuz, ich glaube. Ja, genau, ja. Wix, hier hast du alles mitgenommen, nichts liegen lassen. Können wir ja die Straße folgen. Ja. Ja, soweit ich weiß, hab ich alles mitgenommen. Ähm, in diesen Laufen. Wir haben jetzt halb eins. Ich guck mal auf die Karte, wo wollten wir jetzt hin? Wir haben jetzt aufgrund des Kreuzes. Von D1, C1, die Stadt dort. Da oben, bei D1? Nein, C1, D1. Achso, okay. D2, C2, an diesem Kreuz. Dann mach ich dann aber dort, dann Ende. Für die heute. Der Gang, der Stimme, der Lauf ist der Beste, finde ich. Den der Cyber Racer gemacht, hier so. Song, ne? Hm, das ist der Beste. Da hab ich gerade durch den Chat geschrieben. So Kinder jetzt die Blut. Nee, 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 nee. Hallo, aber klar. Am, am, am. Also ich find das jetzt, äh, weiß nicht, Benny, du, die, bei mir ist die Nacht voll hell. Also ich find das für den Stream eigentlich auch noch recht angenehm, weil die, die, die ganzen Nächte dauern ja gefühlte 50 Minuten. Eigentlich mehr, ne, als 50 Minuten. Ich mach manchmal drei, vier Folgen davon. Von dieser blöden Nacht. Jedes Mal Nacht, Nacht, Nacht. Ja, die dauert auch ziemlich lang an, aber der Tag dauert ja auch relativ lang. Für Neon, hi. Ich bin für die hier unterwegs zu sein. Sehr spät. Ich hör doch wieder ein Reh. Ich hab irgendwas Zombie-mäßiges gehört. Oder was? Nee, das war ein Reh. Das war ein Reh. Okay. Da wollen wir mal noch gucken, was auf der Insel ist. Da kommst du so nicht drauf. Also. Ach. Ach, das ist ein Reh. Ich hab's doch irgendwo gehört. Wie? Hören sich die bitte Rehe an? Ja, der rührt halt eben. Der will, der will seine Fahrung. Ja, das ist doch. Ist doch kein Zombie, oder? Bösen Reh. Nein, doch. Hast du doch ein Hirsch? Was bist du? Nee, ein Schwein! Wo ist die Sau? Halt das gleich raus. Wo ist er? Hier. Wo? Der schwarze Fleck da unten. Neben dem Stein. Ich glaub, jetzt hat er sich bewegt. Jetzt ist er irgendwo verdeckt. Da! Läuft er! Wo siehst du das denn? Ach, da! Wir können zusammen schießen, wenn du möchtest. Drei, zwei, eins. Ja, blutet's. Ja, liegt, tot. Alles. Schön geschossen. Ich hab' schön mitgeschossen. Über Kim und Korn kommst du echt gut mit der Waffe schießen, aber wenn du ihn so anlegst mit der Waffe, dann kannst du für die Pfeife rauchen. Der hat ja so ein Kreuz, dann über das halbe Monitor wird das Kreuz verteilt. Und du kannst es ja nochmal, den Atem nochmal anhalten, das geht ja auch nochmal. Aber ich kann besser schießen, glaube ich, wenn ich so anvisiere, als wenn ich diesen Atem anhalte und das Visier komplett still steht. Kattelstein sagt, die Server sind zwischen vier und, ja, Tag vier und Nacht zwei eingestellt. Ah, okay. Tja, ich geh mal, kannst du's noch in Italien, in den Sumpf. Kann der schwimmen? Geh mal was trinken. Wie weit, kann man denn da rauswarten? Seh schon, komm, gleich. Dex ist gestorben. Drink. Schlammwasser. Erstmal mal eine Waffe ins Wasser werfen. Aber das sieht so krass aus hier. Drohne. Aller rum. Aff. Braucht drei. Oh, man kann F auf die drücken. Drei Stück passiert nichts. Irgendwo einen Knochen mitgenommen, den brauche ich nicht. Hey, hey. Was ist los? Nicht auf die Drohne schießen. So, er will das jetzt mal ausprobieren mit dem Sheetan. Oh. Da hat sie gesagt, nee, du verdienen ihn an. Kann der nicht schwimmen? Äh, jein. Nicht so wie bei Ark, komischerweise. Aber er stirbt nicht sofort im Wasser. Und nicht sofort. Es soll aber hinzugefügt sein, dass du jetzt sterben kannst. Oder trinken kannst. Wo es angezeigt wird, kalben lassen wird. Gibt's Fische? Habt ihr schon was gesehen? Zack, beißt ein Piranha in die Bälle. Nee, hab ich noch nicht gesehen. Angeln kannst du ja auch noch nicht. Das würde ich ja auch gerne. Dann mach doch mal einen schönen Reflekt. Das ist der Kitsch in dem Wasser. Irgendwo den Mond irgendwo? Nö. Der Mond hätte bestimmt irgendwo hinter den Bergen wieder rum. Der sieht manchmal Hammer. Hammer gut aus. Und dann geht er ganz Hammer komisch runter. Und dann geht er wieder ganz komisch wieder auf. Das sehe ich wie so ein Kaugummi. Und dann düst er einmal über drüben weg. Hey, auf den drüben Pinkel. Aber der Sterbenhämmel sieht schon gut aus. Ein bisschen sehr undünstig unklar. Da könnte man noch was tun. Also da habe ich schon bei Ark bessere gesehen, muss ich sagen. Oh, ich liebe diese gemeinschaftlichen Events. Was für Begattungsrieten macht ihr da? Liebe Spiele. Hey, Pinkel wieder alle in den Teich. Der scheißt bestimmt wieder ein Magazin aus. Ich kenne den doch, ja. Und irgendjemand trinkt das nachher wieder. Nichts mehr kommt raus. Nichts zu gebrauchen, der Junge. Bei mir kommen wenigstens wichtige Utensilien raus. Wie rosa Dildos. Aha, da kommt der Nächste. Mal gucken. Spaghetti-Dose. Die Spaghetti-Dose nehme ich mir dann sofort. Komm. Spaghetti. Aua. Ich schmeiße die jetzt schon wieder mit Stein hier. Oh, der fuck. Nix. Auch du. Blinden. Gott. Dir gebe ich nicht die Hand, Junge. Dir gebe ich nicht die Hand. Ich wollte jetzt nicht die Granate auf die los schmeißen, sonst wäre unsere Wahl gewesen. Jede Menge Fleisch. Dex, hast du schon mal Suizid begangen? Hier? Ja, äh. Ja, machen wir eigentlich auch in jedem Spiel, oder? Ja, aber hast du es hier schon mal ausprobiert? Und wenn ja, nimm vorher den Helm ab. Hat sie gerade inner... Wie willst du ins Juizid zu gehen? Kann man das wirklich machen hier? Ja, kannst du doch. Escape. Escape. Komm mit Suicide. Komm mit Suicide. Tu es nicht. Tu es nicht. Weil es fliegt dir der Schädel weg, da ein Implantat explodiert. Ehrlich? Ja. Und den Helm findest du nie wieder. Nee, der ist kaputt. Der wird zerstört dabei. Alles, was du um den Kopf hast, wird es zerstört. Ja. Also ich als Schüler lotse. Mit meinem gelben Regen. Er lotst. Ich lotse euch. Lots uns. Ich bringe euch über die Straße. Wir müssen übrigens in diese Richtung. Wir wollten noch an die Kreuzung lauter, wie ich das verstanden habe, ne? Ne, ja ja. Da kommt aber auch noch mal Gebäude vorher auf der weißen Straße. Willst du auf der weißen Straße laufen, ja? Ja, kommt noch ein kleines Gebäude da. Dann gehen wir auf die weißen Straße. Da dauert das doch auch wieder noch eine halbe Ewigkeit. Ja, vielleicht sonst nehmen wir das Gebäude und locken uns da aus. Ist ja auch kein Ding. Hier ist ein schönes freies Land. Oh, bei mir ist gerade wieder... Hochzeitsland. Freies Land. Hochzeits. Man hört wieder bei mir bang 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 und boom boom boom. Naja. Party. Knallen die mit Kalaschnikoff in die Luft? Ja. Kalaschnikoff alle! Yalalala! Yalalala! Arabische Hochzeitsland hier. Arabian Nights. Wir sind mit dem Schülerdosen hier. Nein, deswegen geht's Puste aus. Ich kann nicht mehr. Deswegen schön joggen. Oh, mich hat gerade irgendwas gebissen, Alter. Boah, ist das dick. Kann ich erstmal... Ich bin das Toll drauf. Ich könnte nochmal drauf rinkeln. Wie? Ja, soll eigentlich helfen. Ja, bei Dex Energy. Ich hab irgendwie... Bei mir Energie immer auf 100%. Ist egal. Ich laufe und mache und renne und springe und schieße und werd angeschossen sogar. Angepupelt und angepiekelt und trotzdem 100%. Bei mir geht das nicht mehr runter. Bloß die Luft geht immer aus. Ich hab mir, glaube ich, das richtige Zeugs reingepfiffen gerade eben. Das war bestimmt keine Widerwimmel. Das war ein bisschen Viagra oder sowas. Deswegen hab ich Energie hier. Ist der Blutdurchfluss gesichert. Ja, Holzhütten. Da sind die besten Sachen drin. Der lila Dildo hängt dir schon aus der Hose, ja. Schon wieder. Oh Gott. Der einzige Quaser lila Dildo. Ja, Müll. Ich er... Ich freu mich, endlich Mülltüten zu suchen. Wieder eine LED-Pipe? Oh, hier ist ein Über-LED-Pipe. Hier liegt noch eine kleine Axt. Oh, siehst du? In dem Schuppen sind zwei solche weißen Platten. Krass. Ja, aber wir müssten noch Schrott haben, sonst bringt uns das nichts. Und mein Schießpulver geht langsam zur Neige. Ich hab noch 150. Ich hab auch noch. Ich hab noch 110 Packungen und ich habe noch... Mehr nicht. 110. Sehr schön. Hier ist Metal Skag drin. Ja, guck mal. Da kann ich nochmal was herstellen dann wieder. Dann bräuchte bloß die... Und die... Die Palms, so hast du gesagt, im Schuppen. Die Platten sind hier. Warte, ich druck dir mal die... Ohne, die auch Gute Nacht. Achso. Ich hätt gern die K90 Munition. Ich würd mal gern mit der schießen. Aber reicht für den Schuss. Welches Spiel ist das hier? Ich hab den Kalender. Ich bin grad... Wo bist du? Oh. Achso. Ja, so... Ich hab mal gebannt, den Typen von mir schon. Hier, hinter dir. Hinter dir. Da. Was ist das für ein Spiel? Wovon ist der Kalender? Achso. Was für ein Datum ist da eingetragen? Äh. Äh. 25. August? 1971? War ich grad nicht da? Sag mal. War ich grad nicht da? Nein, ich weiß es auch nicht. Nein, das ist ja bloß... Vielleicht weißt du es, ja? Ich finde es nicht... Besonders so ein Auto, ja, von dem Jahr noch nicht. Hör mal. Ich glaub den Wagen da gab's doch nicht. Noch nicht beim ersten Need for Speed oder hier. Äh. Ich weiß nicht, was da was... Juhuuu. ...kommen sollen. Black Leaf! Achso. 12... 89, dankeschön. Schmeiß mal die Pipes hier einfach hin. Ich weiß jetzt nicht, wo... Hallo. Hier? Ist hier? Du hast scheiß Tätowierungen im Gesicht. Nö. Sieht echt ganz komisch aus. Hier ist doch ne... Hier ist doch ne Säge. Sieht ein bisschen blass aus. Wo hast du den gefunden, Greg? Ach, da vorne? Ich hab's so schnell gesehen. Alles in Ordnung. Ach, da, da, da. Ist schon alles da. Ähm, Metal steht draußen. Yes, yes, yes. Handwerk. AK-Munition oder braucht ihr was anderes? Ich hätt gern die K98x5 für den Säge. Oh! Du hast ja genug gespielt. K98? Ja. M-Rifle, SVD, 7,92 x 57. Ja, aber genug wird vom Säge. 57er-Munition. Ach, das ist doch die K. Da hätt ich dir auch was vom... Hier hast du schon mal drei Stück. Das reicht schon. Ich will nur noch mit der bisschen rum. Ja, da hast du drei. Die hab ich da selbst rein in der Hand. Okay, das passt. Ähm, die passt. Ich glaub ein Fünfer-Magazin ist es, ne? Ja. Aber die kann man so reinmachen, glaub ich. Ja, ja, die kannst du so reinfüllen. Säge mal, ach, ne. Nee, ich pass lieber beim Wix-Wax. Pass auf. Dann mach ich noch AK-Munition. Check Pulse. Ich check mal bei dir einen Puls. Guck mal gucken. Und? Ja, warte Sekunde. Du hast... Ich muss das genau gründlich machen. Guck mal da hinten. Der scheißt sich wieder da einer raus. So. Ähm, schießt. Puls ist okay. Check mal bei mir einen Puls. Aber tu bitte die Waffe weg. Aber wie denn? Oh, das da. Check Pulse. Ja, deswegen, ja. War eigentlich nicht noch Metall hier? Hier waren noch zwei Metallstücke. Nee. Ich glaub mal nur eins. Aber ich hatte doch selbst auch noch eins in der Tasche. Hol sie so, geh ich so strange. So okay, ja, wunderbar. Ja gut. Müssen wir weiter zum nächsten Haus. Dann können wir weitergehen. Warte. Da gibt's hier so beim Säder, hinten an der Kurve, es gibt's noch ein tolles Haus. Ähm, ich nehm das Schießpulver, lass das leere Schießpulver hier. Hier liegt noch ne Kau. Neh mal die, die Platten mit. Oh, meine Axt, die müsste noch da liegen, glaub ich, ne? Ja. Da hat eine Axt dicht. Liegt ne Axt ohne Handschuhe. Ne Handschuhe. Die Handschuhe sind wichtig. Aber die ist ein Wirt voll. Also nicht. Guck mal, einfach unangebracht. Ich find's nur unverständlich, dass du dem, dem Kivo einfach gute Nacht wünschst. Da sollte man, da sollte man die Leute schon bebannen. Da sollte man die Leute bebannt. Wir werden alle gebannt, wenn jemand irgendwie unangebracht gute Nacht wünschen. Hier geht keiner gute Nacht, äh, keiner ins Bett. Keiner geht ins Bett, bevor Dex geht. Da hinten ist noch ein Haus und da locke ich mich jetzt aus. Ah, das hat sich gereimt. Das wird toll. Denn da schießt ihn. Ja, okay. Schießt dir dir die Beine. Da hinten sind aber mehr Häuser, größere Häuser. Tollerer. Okay, ja, gehen wir da. Da war, da war jetzt bestimmt die Panzerfaust drin, die wir jetzt da wo gebraucht hätten für die Mächte. Aber nö. Ja, das ist auch so was. Sind die zerstörbar? Ich hab irgendwo mal umgegürt, die sollten zerstörbar sein. TomTom hat das gerade übrigens nachgegoogelt. Von dem 25. August 1971, ob da irgendwas gewesen wäre. Irgendwas Tolles, Wichtiges. Und? Nix. Oder wann war der Release-Datum denn eigentlich hier von SCAM? Vor zwei Wochen oder drei Wochen. Jaja, aber ob das Datum... Juhuuu. Das kann wirklich... Das kann wirklich... Cracked. 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 Dankeschön, Cracked. Ähm. Das kann wirklich sein. Ich war ja noch auf der Gamescom und das war genau... Der 25. war ja genau, wo wir uns getroffen haben übrigens. Ja. War das wirklich der Tag, wo... Nee, ich glaub, der 24. war's, glaube ich. Der 24. Zumbruch ist das vorne, kann das sein? 24. war Samstag. 25. Ja. Dann kommen wir mal die Zom-Bolzen auch noch schnell weg. 29. Ah, das war das wohl nicht. Oh nein, da war noch eine Sau. Nein, die Sau ist weggelaufen. Ich hab die Sau weggesaut. Ah, Sau weg. Auch wie die Munition immer an den Steinen dann so wegballert, ne? Das kriegt immer voll in die Luft. Ja. Mäß die Sau jetzt hier. Das hat ja wirklich die Querschläger. Nee, ich hoffe ja mal, dass man nicht vor so einem eigenen Querschläger noch gekült wird. Das wäre auch witzig. Ich denke, das geht schon, ja. War lustig. Ja. Ich hab die gerade auseinandergenommen, die Sachen sind alle weg. Ja, das kann auch mal passieren, das ist mir auch schon mal passiert. Vielleicht waren die zu schlecht und waren so zerstört. Läuft da noch einer. Hier sind noch mal Bleibplatten. War das dein Bruder, Stone? Ja. Hier ist noch mal Metal Scrap. Ja, danke. Ich soll es mal auf den Boden schmeißen. Müssen wir mal mit Stonecraft. Eine kleine Werkstück ist das auch an der Scheune. Nice. Dann können wir die wieder gleich die Wände sitzen. Ja, klar, wo Bravey ist. Ja, dann dropp den ganzen Schrott hier hin. Ich gehe ins Wohnhaus. Hier links in der Ecke ist es. Hier ist Schießpulver bei mir. Warte, ich bringe euch das weg. Bring einfach vorbei. Bring einfach vorbei. Ich bräuchte noch mal so ein AK-Magazin. Ich weiß noch nicht, warum der das gedroppt hat beim Munitionswechseln. Ist ja auch Quatsch. So, ich habe jetzt auch meine Brille auf. Damit ihr endlich mal schießt, mit wem du rumläuft. Oh, ich habe eine Wassermelone. Nein, Wulzen. Wird jetzt gegessen. Wulzen. Ich habe auch noch mal Munition gefunden. Ich muss offline gehen, das kann ich mir dir angucken. Das ist eigentlich kein Talub, Wassermelone. Wulzen. Wulzen. Schropp. Lecker, lecker, lecker. Ich kann dir nur Schießpulver geben. Schrott habe ich nicht. Schießpulver habe ich auch noch. Also, was braucht ihr noch für Munition herzustellen? Ich habe vielleicht noch ein paar Sachen dabei. Brott. Und Taltschrott. Ne, Taltschrott habe ich noch nicht gebraucht. Ich habe ein bisschen Wire, ich habe ein bisschen Draht und sowas. Äh, nicht Wire, äh, ja, Draht und Draht und Seil. Und Draht und Seil. Und Draht hat er auch, übrigens. Ich habe hier, und du hängst das Seil hinten drauf. Ducktape, wenn du brauchst oder so. Ne, nur noch Schrott. Ducktape. Bucht mich im Tor. Da brauche ich Spaß. Oh, hier sind die Spieler oben. Hier sind die Spieler. Das ist, glaube ich, Stings, der Rhino. Der Rhino. So, äh, Korre, ich traf dir noch mal ein Dings hin. Äh, wir schießen alle, die nicht in unserer Gang sind. Wo ist denn der? Ja, dann, auf geht's. Tötet ihn. Tötet ihn. Wo ist denn der? Hier oben. Bei dir oder was? Ja. Das ist oben im Haus, oder? Hallo, wer bist du? Hey, hey. Moin. Wo ist er? Mich hat ein Moin gesagt, das können wir nicht erschießen. Äh. Das war ich. Ich hab'n gefährlichen Spaten hier. Ihr könnt das nicht, aber ich kann das. Ich bin voll einer auf dem Schenkel. Wollst du mit den Leuten? Genau diesen Spaten wollte ich haben. Du wirst jetzt erschossen. Oh. Aber mein Minuspunkt macht das auch nicht mehr auf. Aber, äh, warten wir uns kurz. Sekunde. Soll ich mal fies sein? Warte, ich hab' was, ich hab' was, ich hab' was. Warte, ich hab' was. Warte, ich hab' nicht erschießen. Pass auf. Oh. Wird ja aber auch kein Spaß. Äh, ich hab' gerade, ich hab' gerade was gedroppt. Kannst du das mal bitte aufheben? Könnt ihr mal... Ich komm' hier durch. Äh, Moment. Es ist sehr eng. Ähm, ich hab' gerade... Ja, das ist ja richtig gut. Ich glaub' ich hab' gerade Seife gedroppt. Ich bin gar nicht überhaupt in. Ich bin überhaupt in. Ich bin überhaupt in. Hilfst du sie mal kurz ab? Hast du schon aufgehoben? Einmal abseifen, bitte. Du meinst die Seife? Die ist mir aus der Hand geflutscht. Ach so, ja, ja. Nee, nee, ist klar. Die ist hammerlaut. Wie kann man denn überhaupt in-game sprechen? Ja, mit B. Ihr macht aber komische Spiele hier, Leute. Nein, nein. Immer ist gleich. Boah, ich hab' Angst, mit Wichsack alleine in einem Raum zu sein. Warum denn, ey? Komm. Da könnte irgendetwas Böses passieren. Ist doch nicht das erste Mal, Junge. Dich krieg' ich. Da hat jemand das Schrot fangen lassen? Hallo. Au. Ja, den wird er schon nicht aufnehmen. Er ist ein netter Kerl. Raby looted weiter. Ich loote immer. Ich guck' mal, ob ich noch ein lila Dildo hier noch dazubekomme. Für die netten Spielchen zwischen... Ja, guck' ich doch mal. ...unter Menschen. Ja, so muss das auch sein. Hier so ganz einsam, nur bei Zombies. Handwerk... ...kacken, kacken, kacken, kacken. Boah, mein Spiel ist gegräßt. Und wieder? Da kacken war... Da kackt der BNN im Wald. Mal gucken, ob bei mir einer anders rauskommt. Leider keine Errungenschaft. Aber ich merk' schon, du hast den richtigen Draht... ...den richtigen Draht raus. Wie man Leute... ...wie man mit Leuten spielt. Pisst mich direkt an, ey. Sofort erschienen, Dick. Leider nichts rausgekommen dabei. So, ich loge mich aber jetzt wirklich hier aus, Leute. So... ...die Stiefel. Scheiß im Rand voll hier. Erstmal ne Ticke Ananas draus drücken. Liegt das eigentlich daran, dass wir diesen Zusatz gekauft haben? Ja. Äh, ja. An dem Zusatz. Äh, weil das meine Aspekt gelaunt. So, Leute. Ich sag's jetzt mal. Tschüssi. Für den Stream erstmal. Und danke, dass ihr dabei gewesen seid. Schade um Ark. Aber naja. Wixi macht noch hier das Outro. Genauso wie er das Intro gemacht hat. Ja. Und Cyberred weiß nicht, dass die Tür offen ist. Und klettert durchs Fenster. Und springt oft da raus. Na ja. Gut, Leute. Ich sag dann mal, guten Nächsten. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Wer klettert denn hier durch die Tür? Äh, durch die Wand. Was ist das denn? Der Grave ist einfach durch die Wand gelaufen bei mir. Scheiß Gletscher, ey. Ich seh nix. So. Es gibt jetzt noch hier Würstchen von Wixworks. Er hat grad vor uns gekocht. Einmal volle Portion hier, Mensch. Das war danke mal. Ich sag dann mal, tschüss. Und bis zur nächsten Folge. Nächste Mal. 21.30 Uhr. Nächsten Freitag ganz, ganz sicher. Und so ein Zwischendurch-Stream versuche ich mal Montag vielleicht zu machen. Was? Oder am Sonntag oder so? Ich werde es nicht. Ich werde es anmelden beim Community Hub bei YouTube. Ihr wisst Bescheid. Bis denn. Und tschau. Tschüss. Tschüss. Guck mal, was sie für schönes Muster auf dem Tisch macht. Guten Kot. Du machst ja wirklich... Bläh. Du läufst ja wirklich durch die Kacke hier. Ja. Da liegt eine Schrotflinte auf dem Boden. Meine. Ich denke nicht. Bis zum nächsten Mal. Norddeutsch Hope. Dij central. Tänker raus. Jetzt wird es bei uns carent. Dich ting سántchen. '? sondern stepfirm. Für mich amazovi solicitiv. Bis zum nächsten Mal.